Dann würde ich sagen, los geht's! Warum habe ich nicht gebufft? Ah ja, der ist super mies zu bekämpfen, wenn man keine Range hat. Schau ich mal den spiegelnden Boden an. Das ist nicht der Oberhammer. Wenn man ihn No-Hit macht, dann macht er Dingens. Lustiges japanisches Wort für Schwerte den Bauch rammen. Treffer, yes! Komm schon! Ja, das war gut. Das war sehr gut sogar. Ich weiß nicht ganz, was er alles kann. Schönes Ding war das! Au! Ich heim mich mal. War ein Fehler. Bin da, wer noch? Der hieß doch L, oder? Der hieß bestimmt L. Oh, das ist guter Schaden. Lass mich doch mal heilen! Shit! Der hat schnelle Stiche. Komm schon! Das ist ja, was du kannst! Nein, doch nicht das! Nein! Nein! Dark Souls 2. So, und jetzt wird er wirklich gefährlich. Jetzt ist er gebufft. Ich mag es auch, wie ich einfach rübergeworbt wurde. Oh Gott, ich habe nichts gesehen wegen... Warum habe ich es überhaupt mitgenommen? Da lagen nicht mal. Es ist doch da liegen 1810. Ich dachte mir, vielleicht kann ich mich gerade heilen. Kannst du nicht straight nach vorne durchlaufen? Ich glaube, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich habe noch keine Ausdaufe für irgendwas, nachdem ich das gemacht habe. Ach, komm schon. Ich glaube, ich glaube, ich hätte lieber eine schnellere Waffe für den Kampf, ehrlich gesagt. Okay. Okay. Oh, Gott. 920? 920? Nein! Die Kugel ist noch aktiv. Fuck! Nein! Ich bin so fucking tot. Oh Gott! Oh mein Gott, warum lebe ich noch? Deswegen, weil ich nicht mehr lebe. Wenn er halt einmal in seinem gepowerten Modus ist, hat man ziemlich verkackt. Hätte ich tot sein sollen, aber das ist okay. Okay. Ich habe das Timing nicht mehr. Ich kann ihm nicht mehr ausweichen. Seht ihr? Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich bin einfach nicht mehr drauf. Zwei Mal nacheinander, wirklich. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Front. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja man. Herr hat so komisch gewechselt. Er hat die Richtung auf einmal so komisch gewechselt und dann wurde ich getroffen. Ach komm schon! Und so habe ich wieder verkackt. NEIN! Das ist neinbar bezogen auf den Fall, der an meinen Rücken geflogen ist. Ich bin reingenoggert. Ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass ich ihm so unverschämend viel Schaden mache. Aber trotzdem, wenn man den Weg findet, um noch zu sterben. Au, so zum Beispiel. Hallo? Oder so? Kann ich bitte aufhören? Er macht immer nur den einen gleichen fucking Angriff. Wie kann ich jedes Mal davon erwischt werden? Es ist immer nur der eine Angriff. Er macht nie was anderes! Ich kann der Scheiß aber trotzdem nicht ausweichen. Seht ihr? Immer wenn ich aufgeheilt bin, lasse ich mich davon treffen. Was soll das denn? Pff! 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 Okay. Einsamer Herr! Dann bringen wir es jetzt zu Ende! Hyper-Armor, super Kein Treffer Er macht wirklich nur den einen fucking Angriff Und ich schaff's immer wieder, das Dodging-Timing zu verkacken Wie? Das war einfach nur fucking Glück Okay, noch ein Hit Wer den Hit landet, hat gewonnen Wer den Hit landet, hat gewonnen Und wer hat den Hit gelandet? Der hier Der hier hat den Hit gelandet Ich Ich war's